3 to 1 Kartoffelomelette Corizo in kleine Würfel schneiden, eine Knoblauchzehe auch schön würfeln, Stein, Champignons, Avocado in mundgerechte Stücke schneiden, Schlücken Olivenöl in eine beschichtete Pfanne, die Wurst angebraten, der Knoblauch kommt mit dazu, Pilze, eine Kartoffel vom Vortag in Würfel geschnitten, auch noch hier mit dazu. In Love Gewürze gibt es bei mir im Shop, Pfeffer, geschrottete Natur, glückliche Eier, vier an der Zahl. Zu den Eiern geräuchertes Paprika-Pulver, geriebenen Käse und das Ganze mit dem Pürierstab aufmixen. Dann kommen die Avocado noch dazu, jetzt die Temperatur ein bisschen runter stellen, den Eiguss einfüllen und jetzt oben drauf bisschen Gorgonzola, sechs Minuten schön garen lassen. Perfekt. Teller auf die Pfanne, dreht die Pfanne. Das ist echt toll. Probieren, Gläser der Weißweine dazu. Sehr, sehr geil. Guten Appetit.